Ja, in solchen Kurven fährt man manchmal 60 Kilometer, aber trotzdem ist es zu gefährlich. Deswegen in Norwegen man nur gut planen kann. Wenn man in Deutschland 400 Kilometer oder in 4 Stunden macht, und hier sind es 6,27 Stunden. Ja, das ist die Kofferbahn, das ist die Kofferbahn in Krontheim und in Oslo. Ja, Volkskollektion, das sind die...